Die Marktmetzgerei Klobeck aus Weilheim gilt bei Gourmets als echter Geheimtipp. Das wissen auch die Münchner. Am Viktualienmarkt ist das traditionsreiche Unternehmen mit zwei Läden vertreten, die sich überaus großer Beliebtheit erfreuen. Der Meisterbetrieb punktet mit alter Handwerkskunst und eigener Herstellung. Ob selbstgemachte Weißwürste oder Wiener mit frischen Kräutern, der legendäre Leberkäse oder die feinen Schinken aus der eigenen Räucherkammer. Albert Klobeck weiß, was seinen Kunden schmeckt. Die Vorzüge der hauseigenen, stressarmen Schlachtung und der echten Regionalität schmeckt man einfach. Vom saisonalen Grillfleisch bis hin zu den vielfältigen Bratwurstvariationen ist eines gewiss. Bedingungslose Qualität zahlt sich immer aus. Besonders beliebt sind auch die Metzgerburger, wo sonst können sie für unter 3 Euro richtig lecker Mittag essen. Marktmetzgerei Klobeck. Fleisch und Wurst mal kreativ. Bedingungslose Qualität. 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 Vielen Dank.